Musik Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar, es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey, hey, hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären entrunken. Es ist schon gut. Ich bin okay. Okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Augen offen halten. Ich bin schon dabei. Okay. Hier ist noch einer von Klaas. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Und nach dem anderen. Hier geht's nicht lang. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Hey, Ali! Ja, deine große Yacht. Ich glaub, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Hilf mir mal damit. Okay, zusammen. Na los. Starten wir es. Okay, kommt, Kinder. Los. Na gut. Auf geht's. Du bist dann. Wollt die Lampen raus. Sam, bleib. Scheiße. Ich weiß. Du hast was begriffen. Mann, toll. Wollt die Lampen raus. Joel, wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier lang. Mir gefällt's hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Wenn du das aufkriegst, krieg dich durch und mach die Tür auf. Oh, jetzt für eine riesige Ratte. Oh, jetzt für eine riesige Ratte. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Okay. Halt! Heller! Danke! Heller! Können wir nicht hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Hey, vielleicht bringt das irgendwas. Ist da in einer Kette? Vielleicht geht es irgendwie damit. Da, ein Generator. Ich komme nicht an. Wir bleiben. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ich seh mich mal um. Bleib Wasser. Und da! Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, shit! 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 Pff, wir sind schon Profis darin. Äh, was ist denn damit? Da, wo die Leute drin sind, können sie sein. Können wir da wirklich fahren? Oh, wo? Eine Akustikfall. Eine, was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hielt. Oh, super. Er lehnt nicht. Ähm, beruhig dich. Hey, Sam. Andy, hast du das gesehen? So lieber leise, okay? Sorry. Weißt du das? Infizierte? Leise. After! He's coming up! Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Den Klickernach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Frag dich, ich weiß. Frag dich, ich weiß. Frag dich, ich weiß. Frag dich, ich weiß. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Becker! Sam! Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Flicker! Was? Das Ding bewegt sich nicht. Stand weg. Er verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los! Sie schaffen das. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Ja. Verheal! Andereine! Wir müssen das gehen. Das war's für heute. 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 Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, ne? Das war's für heute. 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 Okay, 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 okay Das war's für heute. 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 Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Pass auf! Und was gefunden? Dankeschön. Go ahead. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich weiß nicht. Das war's für heute. 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 Hey, Sam. Das war's für heute. 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 Wieöß werden das war's für heute? Ich bin. Das war's für heute. Wir müssen убий100% sein. Das war's für heute. Das war's für euch! Das war's für euch! Das war's für euch! Das war's für euch! Bis zum nächsten Mal! Oh, Mensch! Das war's für euch! Ich hasse Verständsspiele, komm raus! Oh, verdammt! Du kriegst was dufen, Mann! Du kriegst was dufen, Mann! Unschwemme ist vor Ort, Mann! Das war's. Ich bin jetzt hinter uns. Oh verdammt! Hey man! Mach jetzt keinen Scheiß! Wir suchen ihn! Der kann nicht von Zeit sein! Ich werde hier suchen, Mann! Aufstehen! Oh! Woah! Oh Gott! 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 Herr Kahn, er muss hier irgendwo sein! Geh hier! Geh hier! Geh hier drüber! Geh hier drüber! Ich kann hier drüber, die Leute gleiche! Jetzt bin ich bereit! Ja! Hey, Mann! Ach, verdammt! 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 999! 999! 999! 999! 999! 999! Und wer ist das? Ingrid! Fertig! Scheiße! Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay, geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Sam, alles okay? Ja, geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Schneller, schneller, schneller! Nein, 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 nein. Oh, Gott. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay? Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als... ...zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wär das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann. Ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen-Pirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, ähm... Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Äh... Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Ähm... Allein zu sein? Ich hab Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich hab Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens... Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus. Aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Und mein Bruder sagt immer, dass sie... ...gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich mein... Ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Hm... Nicht wirklich. Ja... Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätt ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Und dann... Oh man. Ich bin müde. Das riecht gut. Das riecht gut. Morgen Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen Na ja wenn du ihn vermisst kannst du ihn ja aufwecken Okay Sam Was ist los? Der verwandelt sich Das ist mal keiner Bruder Scheiß drauf Hey, hey bist du okay? Henry Bleib da Henry Henry was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe okay? Oh okay okay ruhig Das ist deine Schuld Niemand ist daran schuld Henry Das ist alles deine Schuld Henry Henry nicht Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Als er is Perfekt Oh my god Oh my god Ooh Oh my god Oh my god Oh my god Hello